herzlich willkommen zu der weiteren video auf unserem kanal sofort und gleich. so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt dann used gerne im itemshop den creator code sofort und gleich ttv dann auf annehmen drücken und dann unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video so leute wir gehen in den itemshop vom 1.11.2019 gestern war halloween und es war so unfassbar geil ja ich meine jedes jahr ist bei uns in der nachbarschaft immer eine party und das ist einfach einfach ist einfach cool so leute ja wir gucken rein und geil knochen charlie ist da wir haben uns ja schon einen tag davor gewohnt er war der nämlich bei den news schon aufgeführt ja dass er im shop wer war aber nicht da und jetzt ist er endlich da und cool und übrigens neuer mode der auch mega geil ist aber wir fangen jetzt an mit dem kürbisagenten und kürbisagent ich finde den kohl und er kriegt von mir acht von zehn von 15 die kauf hier ein 25 bei 54 wo es ist und von nichts noch mal 2018 schon gelesen sein 618 oder sende die ultrasense für 500 wie wachs gehen mal auf dieses stil vorgelegt die geht es so durch wir hatten wir ja schon gestern drin gehabt ja ja die koffie von 55 wo es nach gewandt kürbiskübel hatten wir auch gestern schon drin ja hier kommt bei 9 wo und drei man das so und schnitt war auch gestern auch ist denn drin sind warum man die weißen 5 bei 167 wo es aus dem 1 1 17 im shop und wie sind 12 1243 so aber jetzt kommen wir können die süße rennt ihr eigentlich auch noch um süßes sonst gibt es saures leute könnte ja gerne mal in die kommentare schreiben ist so geil ich halte mich mal darunter ich bin ich bin darunter ich will süße süßes süßigkeiten kommen wir damit gibt nicht jetzt wenn sie kippt hier jetzt jetzt ja 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 aber ich bin nicht eine kamera drin warum nicht funktioniert gerade nicht technik so können sie es geht von mir 10 von 10 von mir und ist cool 3,65 bei 15 28 oktober 2018 schon seit viermal 10 woanders ja also wir haben das heute nicht gemacht wir rumlaufen das erste mal dass er sofort kein eigentlich alles ist noch überlegt oder gesagt nee mache ich nicht mehr okay ich habe einfach bock ihr müsst euch überlegen wenn wenn der trauer das geben bei uns ist ja wirklich so es wird nichts also wenn ihr wenn der alter waren ja alle gewesen bei der party alle so wenn ihr da drin da klingelt da ist niemand muss man wahrscheinlich schon um 17 uhr machen oder um 16 uhr damit dass man also er meint in der nachbarschaft ist ja uns keiner mehr weil die man klingeln kann weil alle auf der party sind ja so agent des chaos 1500 wie bax wirklich ganze nachbarschaft zum großen ja also kriegt vor allem die heller wie feiern zehn von zehn ich finde ziemlich geil von mir auch alle die heller 4,155 bei 25 oktober 2019 drücken wir sind drei mal 25 und meine als chaos sense chaos sind sie auch mega cool zehn von zehn 4,75 25 25 oktober so was dann sind schon gewesen dreimal und 16 meines schwarzer schleim ja ich schalte den mund auf den pixar ja war ja auch erst vor kurzem trennen dieser ganze kieferknackerin und so weiter gibt es auch ein gameplay dazu zu der kieferknackerin für zwölf von wie wachs 4 25 bei 15 worts 2 24 oktober 2019 drücken wir sind so mann 6 noch kein gameplay zum charlie naschzahn naschzahn kriegt ja den hatten wir ja auch erst vor kurzem trennen da werden auch ein video ein paar mal so nicht mehr zog mal 4 6 5 bereiten aus dem 4 24 oktober 2019 drücken wir sein zumal 6 normaler bixer man jetzt auch erst und ja dann kriegen wir mal gucken 45 bei 4 worts das dann fährst du den oktober 2019 schocken diesen zentrum an einem meiner klickere war auch erst drin gewesen 355 wo es genau so und der schmerz gleiter der schmerz gleiter der war auch drinnen gewesen und er hat eine benotung von gott wenn man nicht sortiert hier 454 hier wo es und nur anders so dann kommen wir zu brennig brennig und ja gut super waren ja auch gestern erst drin ja die sind mega geil ja so 4,25 bei 47 worte es ist am 26.108 im schock gewesen sechs mal und 57 wie meiners gut super es ist halt einfach geil ja hier auf 555 bei 305 30 im schock gewesen 11 1847 das wahnsinn ja ist halt einfach gut so jetzt kommen wir zu dem fürchterlichen ja genau fang das so cool irgendwie es ist witzig ist echt cool kriegt von mir zehn von zehn bei einem boot heute im schock gewesen vier mal das so und dann haben wir noch knochen charlie ich finde den überhaupt nicht gut ich finde den cool ich nicht ich finde knochen charlie vor allem mach mal den emot da ist ein eingebauter emot ist ich finde das so geil ich bin dass da ein knochen er spielt auf seinen eigenen rippen ich finde den mega richtig jetzt stelle ich mir natürlich die frage her sofort glaubt nicht dass das der fall ist bei dem jetzt hier bei der banane beim charlie war es wirklich sehr schwer ein headshots und aber hier siehst du ja da sie ja mal ist die frage ob ich weiß es nicht also ich sag dir 1 der kriegt von mir 0 von 10 nein ist nicht dein ernst ist nicht dein ernst das ding ist so geil alleine schon dieses also von normalen es genommen also von mir geht der zehn von zehn gut einzig bei einem wort interessiert mich nicht so ist meine meinung von mir kriegt das ding 10 10 ich mag das einfach nicht ich finde es einfach weil ich habe lieber normale banane und das hier ist halt einfach ich finde es mega kann ich nicht ab ich bin ich habe überlegen ob ich mich hole wenn ihr gut überkaufen möchtet dann immer mit dem support of creator korte vorgleich dv der beste creator code aufgaben zu die wir haben jetzt endlich youtube verstanden wenn man viele viel geld mit zu bauern machen möchte immer 50.000 mal im video sein creator code erwähnt also immer sofort gleich dv als creator code eintragen dann sei wie sagt sie mit ihm dann immer sagen seid ihr viel cooler so ok jetzt voting voting ja kriegt von mir love it auch wieder so eine starke bewertung mit 3351 schlopfen 634 ins mail und wieder von 708 hat jetzt von mir kriegt er auch definitiv ein love die waren der 3352 der das der den shop mag ja wenn es gefallen hat ist mir gerne ein daumen nach unten da schon was in die kommentare abonniert unseren youtube-kanal kostenjusd und der party kurs vergleich dv also vorgleich dv bis dahin und tschüss europäisch das 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 Untertitelung des ZDF, 2020